Herzlich Willkommen zurück zum Construction Simulator. Wir sind hier an dem Hotelkomplex, den wir umrichtet haben. Wir schauen mal, was ist nun zu tun. Nee, Jobs, Kampagne. Wir müssen ja erst eine abschließen, damit wir in den Ausbaustufen auch vorankommen können. Ja, das Riesenrad steht jetzt an. So, jetzt das erledigt. Jetzt das Riesenrad. Aussichtsreiche Attraktion. Strand- und Ferienanlage sind bereit für den Sommer. Wenn jetzt noch eine Touristnachtraktion am Wasser hinzukommt, kann die Saison beginnen. Er würde sagen, wir nehmen den einfach direkt so an, wie er uns vorgeschlagen wird. Wir reisen da eben mit unseren ganzen Materialien mal hin. Wenn wir eh schon eine Reise machen, dann, ja komm, wir kennen das doch, ne? Zu Beginn gibt es immer, immer den hier eigentlich. Na, wenn wir schon reisen, dann lass uns doch direkt schon ein Fahrzeug mitnehmen. Vielleicht steht der auch auf so einem Holzsteig. Dann brauchen wir das Ding vielleicht gar nicht. Dann brauchen wir eher das Bohrteil, ne? Um Löcher und Fundamente zu bauen, wo wir dann, sag ich mal, die Holzfehler oder, ja gut, Stadien ja nicht, denke ich. Ne, das wird da hingebaut, okay. Ne, dann hat sich diese ganze Sache erledigt, ne? Ich dachte sonst, ne? Wo du die Dinger befestigst, wenn da so ein Steg ist. Wir sprechen mit der Dame. Nachdem die Touristensiedlung nach Jahren der Planung endlich umgesetzt wurde, sollten wir im nächsten Schritt auch etwas für Familien und junge Leute tun. Nichts begeistert und unterhält mehr als ein Ausflug zum Pier. Die Stadt wollte zwar nicht den kompletten Strand für die Freizeitangebote freigeben, aber ich konnte sie für eine besonders aussichtsreiche Attraktion an einem bestimmten Teil des Strandes begeistern. Geplant ist die Errichtung eines Riesenrads in Wassernähe am Fuße des Piers. Viel Erfolg! Ja, ich würde sagen, genau, Bereich ausheben. Da haben wir direkt das richtige Fahrzeug hier dabei. Hoffe ich mal. Aber eigentlich, mit dem Ding kannst du eigentlich richtig viel machen. Damit sind wir auch immer gut vorangekommen. Ah ne, stimmt, dass der, der vorne die Scheibe dreht. Sollen wir nicht. So. Ja, wo fangen wir denn an? Ach so, da hinten. Ah, halt, Moment. Habe ich ganz vergessen, bevor es gleich dunkel wird. Mh, Arbeitslicht auch? Klar doch. So. Ja, dann geben wir mal Gas. Also hier halt ein Fundament oder sowas. So, Knallgas. Ah, das Ding prügelt sich da durch die Erde durch. Aber sehr schöner Strand, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Ja so, wir fahren einmal aus dem Bereich hier raus. Einmal gedreht. Ey, hör mal. Ah, ist 24% schon erledigt? Nein, kannst du mir nicht erzählen. Da hätten wir das Ding auf jeden Fall auf Umfang hoch machen sollen. Ey, das ist ja bald fertig. Alter, kriegst du ja Angst. Was ist das für ein Auftrag? Da ist ein 2 Minuten Auftrag geführt. Wenn halt wirklich so sein sollte. Ja gut, kaufen wir erstmal Material. Das war eins zu viel. Davon brauchen wir auch noch eins. Aha. Ah, okay. Ja, gut. Ah, shit. Ich hab's vergessen. Ja, ja, ja. Ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt. Wir waren ja noch gar nicht bei der Kasse und haben uns das nicht liefern lassen. Äh, so. Dann brauchen wir einmal... Kran? Kran. Aber wir haben gar keinen Kran. Wir haben gar keinen Kran. Also. Mobil Kran muss her. Einsteigen, bitte. So, dann würde ich sagen, direkt hier Beleuchtung nochmal angeschmissen. Und dann würde ich sagen, Abfahrt. Wir machen nochmal eine Schnellreise. Den werden wir ja so oder so gebrauchen, ne. Das hat der Kleine... Das sieht aber auch wie der Kleine, ne. Wir haben hier wirklich tatsächlich den Kleinen geholt. Ich weiß nicht, der ausreicht vom Gewicht nachher. Ich weiß ja nicht, in wie viel kleinen Segmenten das hier aufgeteilt wird. Äh, achso, da hinten sind die Materialien. Okay, jetzt seh ich sie da hinten. Da. So, der Kran ist einmal aufgebockt. Dann geben wir eben Gas. Boah, das könnte schon knapp sein. Ich glaube, wir haben schon fast zu weit entfernt geparkt. Wir hätten auch direkt daneben parken können, ganz ehrlich. Aber... Naja, kennt man ja. Nein! Jetzt aber. Sehr schön. Ja, ersten Teil haben wir... Schon am Haken müssen wir noch platzieren. Fangen wir ganz hinten an. Ist für uns erstmal einfacher. Dann da dran zu kommen, denke ich. So, dann einmal runter hier. Guck mal da hinten so easy dran. Sehr schön. Tja, da haben wir die... Was ist... Betonbauteile schon alle platziert. Beziehungsweise schon mal an die Arbeitsstätte gebracht. Sehr schön. So, Betonsäcke brauchen wir noch. Da haben wir zwei Paletten. Wir brauchen auch beide. Ergibt auch Sinn. Ja, guck mal. Da brauchen wir gar nicht viel machen. Nur ein bisschen Seil hoch. Ja, also... Haken hoch, Haken runter. Und dann haben wir es schon. So. Der hängt auch schon dran, obwohl das Ding so am Schwingen war. Haben wir... Haben wir... Palette. Holz. Ja, da kriegen wir da auch hin. Das sollte jetzt nicht die Schwierigkeit sein. Zack, da haben wir es. Sehr schön, sehr schön. Das läuft doch. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht zu lang... Äh... Ah, auspacken. Ja, auspacken. Ja, ich hoffe, dass es sich nicht zu lange mit den Nebenaufträgen gleich hinziehen wird. Also, ähm... Ich meine, dass wir jetzt gleich, wie geil fühlt, zehn Nebenaufträge machen, weil es halt hier einfach so unfassbar schnell vorangeht. Es ist ja wirklich erschreckend, wie schnell das hier vorangeht. 29% mittlerweile. Ach so. Ah, shit. Ja, ja, aussteigen. Äh... Vergessen, das andere auszupacken. Mein Fehler. So, da müssen wir noch gießen. Was gießen wir denn jetzt? Bestimmt die Fläche, worauf die Menschen... Ja, genau. Laufen. So, was tun wir dafür? Wir steigen in unseren gemieteten Betonmischer ein. Ist einfacher, als das Ding jetzt zu holen. Na, den Kübel. Macht auch mehr Spaß. Gibt auch ein bisschen mehr Abwechslung. So, dann nochmal eben schnell die Schnellreise. Richtig drüber gescheppert. Wollen sind egal, das ist ein Mietfahrzeug. War alles vorher schon. Kennt man doch. 20% fehlen auf dieser Seite noch. Ja, die kriegen wir ja bestimmt ganz schnell zusammen hier. Einmal drüber gefahren. Dann müssen wir nochmal einschlagen und drehen. Ja, komm. Noch einen Ticken. Reicht dir das? Ne, tatsächlich nicht. Aber das reicht jetzt. Vielleicht schaffen wir es ohne so das Ding... Ja, sehr schön. Läuft doch. Hallo, warum hat der denn aufgehört zu gießen? So, weil wir wahrscheinlich über diesen Mittelstreifen gegangen sind. Schaffen wir es rüber? Weil eigentlich müsste er es ja schaffen. Mit den Rädern, der ist immer irgendwo gestützt. Mit mindestens zwei Rädern. Werden wir nicht ins Loch fallen, ne? Ist ja klar. Aber das sieht hier erstmal ganz gut aus. Wir düsen jetzt nach vorne weg. Wenn der Karren denn mal Gas gibt. Wieso gibt der denn so wenig Gas? Ah, weil der nicht richtig aufgesetzt hatte. Und dementsprechend nicht von der Stelle kam. So, dann machen wir noch die Stufen eben hier hinten. Dann sind wir fast fertig. Boah, er hat schon fast 40% von dem Bau. Da kannst du dir... Däh, kann nicht sein. Wie kann das nur so schnell gehen? So, jetzt hier auch... Ah, komm schon. 99%, dein Ernst? So, jetzt 100. Zurücksetzen. Danke. So, Palette mit Halbauteile liefern. Kriegen wir hin. Ganz schön viele von den Dingern. Ist aber auch klar. So, jetzt hier. Ist nur noch mal. Peter. stell sie hier hinten. Komm mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Also keine richtigen Träger, ne? Ja, viel zu hoch sind wir. Daran liegt's. So. Ja, wo gehen wir denn als erstes hin? Fangen wir mal rechts an, damit die Stange hier nicht im Weg hängt. Gleich. Zack, erledigt. Nächster. Und von hinten soll man vielleicht anfangen, ne? Okay. Damit wir hier uns nicht selber irgendwie sabotieren mit dem Haken. So weit oben hängt der. Tatsache. Anheben, bitte. Ah, fast. Schade. Schade, schade. Boah, wenn ich das schon höre, ne? Dieses... Das hört sich schon nach einer dicken Blechbeule an. Na gut, da kriegst du keine leichte Beule rein. Das ist schon eine dicke Beule. Glaub mal. Ach, komm schon. Komm schon. Danke. Das muss reichen. Das muss einfach reichen. Das reicht doch locker. Wir sind schon wieder zu weit. So, da haben wir es eingehakt. Wenn ich jetzt nur diese Rohre sehe, ne? Dann denke ich wieder dran. Kramplätze müssen verdichtet werden. Ist der Kramplatz verdichtet? Natürlich nicht. Unsere Reise ist es nicht. Aber wir sehen das nicht ganz so eng. Beziehungsweise, wir stehen ja auf dem Holz, ne? Dann ist es bestimmt in Ordnung. Ich weiß nicht, was der Kerl dazu sagen würde. Was wir hier so machen. Wahrscheinlich würde eskalieren. Wieso geht das denn nicht? Achso, unser Haken ist da drin, wo es fertig gebaut wäre. Das geht dann also auch nicht. Wenn der da mit drin ist. So, dann holen wir uns die letzten drei Teile hier und bauen das Teil zu Ende. Beziehungsweise dann erst mal ganz entspannt, ne? Dann haben wir natürlich auch hier erst die Hälfte, denke ich, vom ganzen Auftrag. Aber ein bisschen Potenzial ist hier tatsächlich noch. Aber es hat sich wirklich so angefühlt, als wäre das Ding in vier Minuten durch. Na, es war ja wirklich doch sehr, sehr schnell fertig. Also so, die Seite haben wir jetzt auch wieder fertig. Ja, jetzt gleich die Frage, wo kriegen wir denn den Mittelteil her? Wird das einfach aufgebaut? Oder müssen wir dann noch irgendwo einen Spezialteile-Shop oder so? Irgendwo was abholen? Das hochheaven? Das weiß ich jetzt erst mal noch nicht. Das werden wir aber gleich mit Sicherheit irgendwo sehen. Spätestens in unseren To-Dos. Ja, sehr schön. Ja, wir müssen das anheben. Spezialteile liefern, ne? Würde ich ganz klar sagen. Da springen wir hier in unseren Superkarren. Bin ich denn jetzt blind? Ach, da ist er. Mein Gott. Schon fast übersehen, das Ding. Mittig vor den Augen, Hamburg. Und wir übersehen es trotzdem. So, ja. Ganz hier hinten zum Glück kennen wir den Stahlhandel bereits. Also, ne. Moment. Erstmal Schnellreise. Also, komm. Ne, shit. Das war Riesenrad. Ach, verdammt. Egal. Egal. Wir haben die Kohle. Gar kein Problem. Ey, warum ist denn der Ladebeiten zurückgegangen? Da wollte ich schon ganz kurz sagen, was geht denn jetzt hier ab? So, wir müssen mit Sicherheit erstmal hier... Oh, schöne Hupe. Ja, den sichern. Zurückgeben. Ja, genau. So, wenn wir jetzt hier stehen. Ich weiß nicht, ob der uns das dann direkt beladen kann. So, EFG. Okay, okay. Nope. Ist nicht genug Platz. Im Verladebereich vorhanden. Ja, hör mal. Was willst du mir denn erzählen? Ich hab den Hobel doch extra dahingestellt, damit du da direkt drauflegst. Na, alles muss hier selber gemacht werden. Oh, oh, oh. Wie schwer ist denn der Teil? Das Ding sieht nämlich schon verdammt dick aus. Haken ist B. Material. Keine Ahnung, wie schwer das ist. Wir probieren das aus. Ich hoffe mal, nicht allzu schwer. Sonst müssen wir nämlich noch den Kran umverlegen. Das wäre ein bisschen ärgerlich, du. Das wäre natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber das kriegen wir schon hin. Lässt sich schon mal anhängen. Anheben auch. Ja, hör mal, dann. Dann ist es gar kein Problem. Ja, ich würde mal sagen, direkt ganz nach hinten. Dann können wir direkt hier so stehen bleiben. Die Materialien eins nach dem anderen hier aufladen. Also schafft er nicht ganz, ne? Müssen wir erstmal so. Ja, komm, komm, komm. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Na, das ist Ende. Kannst du nicht mal nach ganz hinten greifen mit dem Ding. Naja, gut, dann ist das so. So, wir können direkt schon mal. Ach, nee. Ach, Mann. Hilfe. So. F brauchen wir. Oh, 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 oh. Ja, super. Jetzt haben wir uns die Gondeln oben draufgestellt. Ja, deswegen natürlich immer ein Arbeitsschritt nach dem anderen. Ja, jetzt stehen uns natürlich hier die Gondeln im Weg. Wenn wir die hier draufpacken, passt wahrscheinlich der Rest nicht mehr. Deswegen hier einmal liegen lassen. Ja, hier vorne sind wir natürlich auch einmal total begrenzt durch die Gondeln. Die stellen wir auch nochmal zur Seite. Und, dass wir hier dann keine Probleme haben, dass wir hier immer wieder reinfahren können, ne? So eine kleine Einfuhrlücke. Einfuhrschneise, wie man es auch immer nennen mag. Ist mir egal, wie man es nennt. Das Ding bleibt jetzt hier. Das war schon immer so. So. Weiter. Nächster. So. Zack. Na, komm. Noch ein Stück. Danke. Weiter, weiter, weiter. So. Abhängen. Jo, jo. Nope, nope, nope. Das wollen wir nicht auf dem Anlieger. Sehr schön. Ein Paket, denke ich, ne? Ein Paket. Ja, vielleicht können wir noch ein, zwei Gondeln oben draufstellen. Aber das bringt uns auch nichts, weil hinten müssen wir die ja wieder entladen. Und das passt sowieso alles nicht auf eins, so scheint es. Ach, shit. Können wir es einfach so abladen? War schon alles vorher so? Ich hab gar nichts gemacht. Das war alles vorher so. Komm, lass liegen. Mach ab. Komm, mach ab. Ah. Mach doch ab, wenn ich das sag. Komm, tiefer, 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 tiefer. Ah, jetzt kriegen wir das Ding nicht mehr ab. Ganz easy. Zurücksetzen. Kleiner Trick. Schon läuft das. Dann natürlich nochmal hier hinten zum Riesenrad, zur Baustelle. Zum angehenden Riesenrad. Ist ja noch keins, ne? Muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Wir schußern, dass er gerade ist, hier zusammen. So. Dann brauchen wir erstmal natürlich hier die Achse. So heißt sie. Das schöne Röllchen. Das holen wir uns jetzt. Na, da war's ganz kurz. Komm, nochmal. Sehr schön. Das Ding sitzt. Das ist gut. Das heißt, wir gehen jetzt den Rest abholen. Einmal den großen Teil. Und dann, äh, danach fahren wir dann nochmal dahin. Ich weiß, wir könnten vielleicht das Teil auch einfach vollladen mit den Gondeln, ne? Ja, das geht. Aber ist halt nicht schön, weil dann müssen wir die wieder abladen. Und, und, und. Dann packen wir die doppelt und dreifach an. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir versuchen den da hinten mal rauszuholen. Reinfahren wäre wahrscheinlich... Ach, guck mal. Hier ist Ladebereich, oder? Das ist so gelb eingerammt. Das heißt, hier hätten wir uns hinstellen müssen mit dem LKW wahrscheinlich. Oh. Das müssen wir demnächst mal probieren, ob das wirklich so ist. Das wäre natürlich geil. Reinfahren. Aufladen lassen. Aber, ganz ehrlich, das ist schon so ein bisschen nervig. Wenn, vor allem wenn das... Hier, wo war das? Ich glaube, Windrad war das. Da waren so viele Teile. Und du brauchst es für alles den Kran. Zum Entladen und zum B-Laden. Weil die so unfassbar schwer waren, ne? Ja, das ist natürlich totaler Käse, ne? Dann musst du dir einen zweiten besorgen. Weil du willst ja noch nicht ständig, äh, schnellreisen betreiben und das Ding umladen. Ne? Also, äh, fürs Umladen, ähm. Du willst nicht ständig schnellreisen machen, um das woanders aufzustellen, und, und, und. Ne? Ist ja jetzt auch nicht, äh, im Sinne des Erfinders. Oh, ne, nicht aussteigen, zurücksetzen, parken. So, Modus wechseln und nochmal. So. Schnellreise. Na, komm. Knallgas. So. Ja. Hm, 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 hm. So, das ziehen wir jetzt nach oben. Beziehungsweise müssen wir erst mal absetzen, um das hier weitermachen zu können. Daraus wird wahrscheinlich dann das Gestell gebaut, ne? Der Außenring. Auspacken. Okay. Ah, da sind sie. Ah, da sind sie. Die hängen wir wahrscheinlich jetzt einzelne Teile dran. Dann hat einzelne Streben so immer weiter weg vom Kern, wo die eigentlich befestigt werden, denke ich mal. Und dann werden einfach nur Außenfixierungsstreben montiert, damit die so ein bisschen getrennt sind, ne? Ja, genau. Ich habe nicht hier. Ich habe nicht mehr門, wie es nicht hier ist. Ich habe nicht mehr Zeit, den sie zu verabschieden. Also, es ist nicht mehr Zeit, wie es nicht hier ist. Ich habe eine große Herausforderung. Ich habe nicht mehrmals deine Angelegenheit. Ich habe nicht nur einmal auf dem Begriff, die Teile herrschen. Ich habe nicht mehr oder so schwer. Ich habe nicht mehr Zeit. Das ist mit einer Angelegenheit. Ah, das Ding rollt sich natürlich, also das Ding fällt natürlich durch das Gewicht irgendwann, geht das immer so ein Stück wahrscheinlich tiefer, dementsprechend brauchen wir hier auf jeden Fall den Freiraum einmal weg sitzen, das kleine Teil naja gut, klein, ist eigentlich schon ein riesen Oschi hier, genau aber jetzt, komm sehr schön Oschi. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, da waren wir ganz kurz im Weg, weil der Haken einfach zu tief hing. Einmal kurz angehoben und schauen, können wir hier weitermachen. Gar kein Problem. Ich hoffe, wenn sich das nicht gut anhört. Aber so kriegen wir es am einfachsten hin, ganz ehrlich. Weil wir müssten umparken. Ein bisschen Luft hätten wir noch. Ein bisschen weiter ausfahren können wir. Ja, aber ob es dann reicht, ist immer noch die Frage. Und wir werden dann auf jeden Fall mit Sicherheit umparken müssen, falls es nicht reicht. So sieht noch aus. Ich weiß jetzt, ob da noch zwei Segmente fehlen. Ah, das war schon nicht schlecht. Genau auf den Punkt. Genau auf den Punkt haben wir es geschafft. Ah, ich fahre das mal für das letzte Segment hier ein bisschen weiter aus. Ah, es wird mit Sicherheit sonst mies hier enden. Ah, siehste, das ist das nämlich. Wer hängt dann nämlich sonst gleich mit drin? Wo kommt denn das letzte Stück hin? Der Kreis ist voll. Ah, das war's. Okay, das letzte Stück wurde automatisch gesetzt. Die Gondeln auch? Ah, die Hälfte, die untere Hälfte der Gondeln. Ja, hör mal. Ich würde sagen, aussteigen. Nein, nix hupen. Aussteigen. Karren nehmen. Ach, shit. Nee. Ah. Ich will doch schnell reisen. Ja, wir drehen hier natürlich am besten einmal weg da, meine Freunde. Ja, passiert, ne? Soll schon mal vorkommen, wenn man mir nicht... Ja, genau so wie mit dem Schild. Ja, genau so wie mit dem Schild. Das sieht ganz stark danach aus, als ob wir zweimal fahren. Also ich finde ja doch, das sieht sehr, sehr stark danach aus. Wir werden's sehen. Vielleicht kann man die Dinger ja auch nachher stapeln. Wäre auch irgendwie ganz cool. Weiß ich nicht. Weiß ich ja nicht. Ah, der hätte, glaube ich, noch ein bisschen näher gekonnt. Aber ist egal. Ja, wir werden sowieso zweimal fahren müssen. Was war das gerade? Genau so eng wollte ich die eigentlich aneinander stellen, aber... Naja, kennt man ja. Klappt nicht immer so, wie man das möchte. Und so rumfrickeln will ich jetzt hier nicht, bis es endlich klappt. Da fahren wir lieber zweimal. Wir haben die Kohle für die Schnellreise. Wenn man das ein bisschen anders positioniert, hätte das vielleicht... Ah, nee, da hinten kriegst du noch einen drauf. Mit zusammenschieben vielleicht anderthalb, würde ich behaupten. Das reicht Dicke nicht. Wie, das geht nicht. Da kommt man gar nicht dran. Wir können an den Karren nicht weiter ausfahren. Wir haben das schon so gestreckt, wie es nur geht. Ich würde sagen, wir stellen das Ding hier ab. Wir müssen noch zweimal fahren. Boah. Und dann halt auch zweimal dementsprechend entladen. Wir können hier direkt anbauen, aber das dauert noch. Ich würde einfach sagen, wir kommen der Nacht hier im Spiel auch schon näher. Wir machen hier einen Cut. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Wir werden dann dementsprechend dort wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr wahrscheinlich fertig. Und danach, denke ich, machen wir dann für den Rest der Folge dann nochmal einen Nebenauftrag oder so. So einen kleinen, ne? Da gucken wir mal, was wir noch hinkriegen. Genau. Das heißt, ich würde sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder.